Der diesjährige DKA Innovation Campus steht unter dem Titel Mission Zukunft auf dem Weg in die All Electric Society. In den Fokus rücken wollen wir dabei die zukünftige Rolle der Normung und ihre große Verantwortung für Wirtschaft und Gesellschaft. Wir müssen jetzt handeln, und zwar gemeinsam. Ich lade Sie ein, diskutieren Sie mit uns innovative Wege in die All Electric Society. Wir freuen uns auf Sie. Wir freuen uns auf Sie.